Die Rente ist sicher, auch wenn sie nicht reicht. Das regelt der Markt. Die Kasse, die immer mehr zuschüssig reicht. Das regelt der Markt. Wachstum und Beschleunigung reichen sich die Hand. Und fahren dann gemeinsam mit Feuers vor die Wand. Die Welt geht vor die Hunde, ich hab's immer schon gesagt. Den kontrollierten Untergang, den regelt der Markt.